Heyo, hier ist Ronja und willkommen zu einer neuen Folge Scribbly Yow. Hey Ronja, wollen wir Tops mal kicken? Letzte Folge haben wir Tops gekickt. Falls ihr die letzte Folge noch nicht gesehen habt, ist hier oben das I. Und dann könnt ihr sehen... Ihr seid einfach nur schlecht. Was Tops meint. Flo, was malst du uns denn Schönes heute? Warte, 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 ich weiß es, das ist der... Oh, warte mal, ich mach hier mal meine Kamera... Ups, Allah, warte... Mach ich mal runter, damit man auch sieht, wie der Highscore gerade aussieht. Äh... Ich hoffe, ihr habt die Farben richtig gemacht. Easy. So, dann machen wir das mal so, dann... Die Farben richtig? ...überdeckt das alles. Nein. Nein. Dachte ja schon. Okay. So, was haben wir denn? Nein. Ich glaube, was malst du denn? Jetzt, ähm, mal ich eine Ente. Nein, Flo. Ich werde es nicht tun. Ja. Ich werde es nicht tun. Ich werde es nicht tun. Ich sehe unten den Vote Kick Button, aber ich werde es nicht tun. Es ist ein längeres Wort, deswegen ich weiß nicht ganz genau, was es ist. Äh... Warte mal, das sollte eigentlich grau sein. Warum ist das kein Grau? Weiß ich nicht. Schnecke? Nee, 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 nee. Ey, Ronja, die Leute hat die Glocken, weil er 18 Uhr ist. Ja. Ja, das ist gerecht. Flo, so ich nicht aufmerksamer Mitmenschen. Hm. Was soll denn das sein? Das ist hier so... Das ist ein Grabstein. Wie... Hä? Und daraus kommt dann halt so... Das schaut wie ein Stein, wo man das game safen kann. Nein. Hier ist da so, so, so kommt und das produziert halt das hier. Äh... Ach so. Das ist halt so... Das ist halt ganz schlimm. Da gibt es halt diese... Das ist kein Atomkraftwerk? Nee, das ist ein anderes Wort dafür. Kohlekraftwerk? Nein. Anderes Wort. Kraftwerk ist schon richtig... Äh... Was ist da drinnen? Atomreaktor. Eine... Eine Frucht hat... Ein... Hä? Das ist das... Ich weiß nicht, wie das da darstellen soll. Wie soll ich denn das... Kernkraftwerk? Kernkraftwerk. Oh ja. Wie soll ich das darstellen? Ja, wie... Wie... Ja, es ist eigentlich nicht schlecht. Einfach ein Kern. So, wir haben das nächste Wort. Du meinst, ist auch richtig blöd. Okay. Oh, Tops, Mutti ist schon zum Schwein. Okay. Nein, Tops, nein. Okay. So. Das wird man erkennen können. Okay. So. So, dann mache ich jetzt hier... Mit... So. Mache ich jetzt hier so. Ding siehst. Ihr wisst, was das ist, oder? Was ist das? Überblick ist zu lang, Tops. Okay. So. Dann mache ich jetzt hier nochmal die Markierung. Und dann ist das hier Teil 1. Jetzt malen wir weiter mit Teil 2. Davon gibt es nämlich mehrere. Das ist eine Sache... Hä? Mit L? Ja, ja. Das ist eine ganze Reihe. Okay? Es gibt doch... Okay. Ja, aber mit L? Ja, ja. Das ist eine Trilogie oder so, oder? Nein, nein, nein. Keine Trilogie. Es geht um die bestimmte Art. Okay? Früher hat man die viel genutzt. Mittlerweile nutzt man die eigentlich gar nicht mehr, weil die Technologie veraltet ist und es ist einfach keinen Scheun mehr interessiert. Aber wenn man bessere Sachen hat, wie zum Beispiel Hust das Internet... Hä? Aber damals war das ein Ding, dass man Sachen in sowas nachgeschlagen hat. Wenn man was nicht wusste, hat man so gesagt, oh ja, ich hol kurz meinen. Ich verstehe nicht, was du meinst. Lexikon. Loll. Zum Wörterbuch hinweg habe ich bei's Tops Museums gemutet. Oh, oh. Holz. Ja, das war's für den. Holz. Bibliothek. Kacke. Boah, das ist schon wieder richtig schwer. Ich hab mein Finger geklappt. 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 Au, au, au. Cool. Das hast du schön gemacht. Au. Ja, es tut weh. Genieß den Schmerz. Es tut so weh. Au. 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 Ist keine Reaktion. Au. Ja. Hä? Oh nein. Ha, 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 ha. Ha. Au. Tim. Warte mal. Wie heißt das? Temperaturmessgerät. Wie heißt das? Thermometer. Nein, nicht Thermometer. Das nicht. Oh, warum? Schreib ich das mit TH? Ich bin ein Idiot. Thermometer. So. Eins. Tops. Tops is voting to kick flow. Nein, das wüsstet ihr jetzt so. Jetzt wird wieder gleich auf mit den Punkten. Okay. Äh. Ja. So, warte, das kann ich versuchen. Okay, ich versuche jetzt eine schöne Szenerie zu zeichnen, ja? Warum so viel? Nein. Nein. So, das hier ist... Warte mal, ich mach das jetzt mal so schön. So, das machen wir jetzt hier alles einmal blau. So. Aha. Und dann gibt's hier... Äh, warte mal. Wir machen das jetzt hier wirklich eine Szenerie, ja? Nein. So, hier ist das Podestchen. Und dann geht's hier in die Tiefe rein. Hä? Ja. Und dann geht es hier hoch. Und das ist ein 3D-Gebilde, ja? Hä? Es kommt noch immer mit der Ruhe. So. Und jetzt muss man immer bedenken... So. Es ist hier die blaue Scheibe, die seht ihr trotzdem davor. Alles klar? Gut. Jetzt denken wir weiter. Was ist denn, wenn hier jemand ist? Okay. Oh Gott, das wird man nicht erraten, oder? Das wird man nicht erraten. Und da gibt's dann jemanden, der hängt da zum Beispiel hier mal ein T-Shirt dran. Ja! Hä, was denn? Was denn zum Beispiel mal so aussehen könnte. So, das ist ein Traktor, das ist ein Acker. Wenn du mal genau hinschaust, das ist was für ein Traktor daraus kommt. Leute, ich schleppe. Oder dem anderen hängt man vielleicht mal ein Schal um, ja? Kann ja auch sein. So ein Schup. Hä? Und dann, äh, kann man da sagen, hey. Hä? Oh mein Gott. Ronja. Es ist wirklich nicht gut gezeichnet. Ich hab gerade Nachricht bekommen, mein Lüfter ist angekommen. Dein Lüfter ist angekommen? Nice! Ich werde dich nicht verschmelzen. Schauspieler. Du Kacke. Oh, Guck mal, der Flo ist! Guck mal, wer der Letzte ist! Guck mal, wer der Letzte ist! Guck mal, wer der Letzte ist! Immer mit der Ruhe. Der Chat ist einfach nur Wut und Hass hier drüben. Äh. Kelle. Oh, nice! Weißt du was, Flo? Ich geb dir einen Daumen hoch. Auch wenn es mehr aussieht wie ein Banjo. Banjo. Das sieht aus. Ja, wenn man das richtig ausspricht. Nice! Tari. Erster Platz! Hä? Zweiter Platz! Mein Finger ist richtig warm, weil dir so weh tut. Schreib mir auf Skype, du bekommst 5 Euro, wenn du Flo kickst. Nein! Das würde ich nie machen, Alter. Doch! Pfff! Nee! Bam! Easy game! Dich game, sagst du? Okay, was? Ich bin in Führung bei mir. Mein Gebot steht noch! Geh doch, Alronja! Das geht nur, wenn der gerade zeichnet, das weißt du doch, oder? Weiß. Das ist mir doch nicht! So, warte. Das ist vielleicht... Schwer zu erkennen, das Ganze hier. Warte, warte. Ich füll's aus, okay? Das ist, äh... Warte. Ihr werdet's erkennen, okay? Ihr werdet's wirklich erkennen. Dann machen wir hier... Machen wir jetzt... Wer nennt man das? Ich weiß schon was, aber ich weiß, wem es nennt. So, das ist ne Pfütze. Und... Weißt du? Erst war's vielleicht... Äh... Dreckig. Aber jetzt nicht mehr. Weil jetzt ist es... Nice. Haha! Sollen wir noch ne Hintergrundfarbe einmachen? Tups, das ist ne Acker! Oh, ich bin garland, ist das. Traktor, Tops. Hä? Es war mal dreckig, okay? Hä? Es war... Okay, wir hatten... Wow! Wow! Ronja... Bringt der Daumen hoch euch was? Äh... Nö. Aber dann sehen die Leute, wen sie votekicken sollen, oder nicht? Haha! 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 Nein! Es war so gut! Oh, jetzt fällt ich Ronja 5 Euro! Hahaha! Ich try noch wieder nach. Ihr seid dreckig. Was hast denn ne Punkte? Hahaha! Oh! Drei Buchstaben! Was soll denn das sein? Weißt du? Ich schreib jetzt einfach nix im Chat, damit Tups absolut wenigste Punkte kriegt, wie's gibt. Weißt du? Dann kriegst du aber noch weniger. Äh, ich bin schon raus. Ich will wenigstens, dass Tups nicht gewinnt. Ich würde ja Magnet sagen, aber das kann nicht sein. Nein, nein, nein. Was ist das? Das ist so ein Kuhring, den die so haben. Weißt du? So ein Bullenring. Nein, es gibt auch so, 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 so. Viecher, die haben das Ding unten dran, da. Mhm. Das sind wie Schuhe für, für Tiere. Das heißt dann aber Hufeisentops, nicht Huf. Ne, das ist ja... Wie ist... Echt? Ja, das Huf ist das irgendwie dann so abgekratzt. Ach so. Der Huf ist das vom Pferd. Unten. Oh. Aber das da ist ein Hufeisen. Ja, keine Ahnung. Aber man kann's erkennen. Was ist mit Chameleons? Okay. Flo, ist das stiller Protest. Ich weiß nicht, was es ist, Toops. Ich weiß nicht, was es ist. Oh, schade, Toops. Du hast nur 45 Punkte bekommen. Flo, ich kann das Spiel auch mit dir spielen, ne? Es ist total... Stopp, stopp, stopp. Mir ist es gar nicht beschnauzt. Stimmt eigentlich. Jetzt spielt er halt richtig. Toops, du kannst nicht gewinnen. Was? Ah, ich krieg immer so doofe Kategorien. Ach, Flo, warte mal. Aber, hm, du findest sowas kacke, aber bei mir machen... Oh, da hab ich ja so ne Art Doppelmoral. Toops! Kannst du selber sowas nicht verkraften? Ja, was denn, Flo? Du hast das ganze am Ende gemacht. Da war schon egal. Das war das Ende darunter. Ja, und? Jetzt kannst du immer noch aufholen. Warte mal. Ne, Toops, du kannst nicht mehr aufholen. Du wirst verlieren. So werden wir das Spiel spielen. So, man erkennt ja hier zwar leider nichts, aber ihr müsst immer bedenken, das Weiß ist ne Klamottenfarbe und das andere ist ein Mensch. Okay? Und man wird das gleich erkennen und zwar an folgendem kleinen Detail, was ich hinzufügen werde. Erstmal machen wir jetzt erstmal blauen Himmel, weil er ist in so nem Gebäude und da ist es meistens irgendwie so bläulich. Obwohl grau ist. Ne, es ist bläulich. So, und jetzt, warte, 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 ich füge gleich einen Detail hinzu. Er hat nämlich so ein Dingsi um den Hals hängen und das hat dann hier so zwei Blupsis und dann hat das hier so ein Blupsi-Blupsi. Und dann, warte, machen wir dem noch Augen. Erstmal Topst die Punkte weggenommen. Topst kennt das nicht, er hat das nicht geguckt. Aber er kennt den Film nicht. Er kriegt ja hier Augen, er kriegt auch Haare. Hä? Und er kriegt noch so ein rotes Kreuz. Yeah. Oh, Topst, null Punkte, schade. Oh, verdammt. Schade, Topst, schade. Ist eins so toxic. Da kannst du wohl nicht mehr aufholen. Ist eins. Sehr schade. Hä? Ist mir egal, Hauptsache Fluch verliert, also. Heute. Weißt du, ich mach jetzt etwas, was Ronja kennt und Topst nicht. Was, wer kenn ich denn? Okay, ne, keine Ahnung, ich mach mal nochmal. Ich hab keine Ahnung, wie ich das mache, das nur Ronja kennt. Topst, dann bringt der uns auf. Was? Topst, schade. Ey, wenn du mich nochmal kickst, dann schade ich aber nochmal nach. Jetzt ist die schade. Der ist toxic. Topst! Weißt du, wenigstens, wenigstens, welchen zweiter Platz. Was ist denn das? Was soll das sein? Brauchst du, wenn du in verschiedene Länder reist. Oh, okay. Träumchen. Ja, ich find schön, dass Tonja vorher geraten hat und nicht Topst. Ah, trotzdem hast du mir die Punkte gegeben. Danke, Flo. Ja, aber nur 185. Du hast nicht 350. Schade. Und dann sagst du, ja, also mein Bruder, der ist toxic, aber ich, ne, eigentlich ja nicht. Hä? Er hat mich gekickt, bevor das rund ums Gamehaus war. Ja. Aber ich doch auch. Ja, aber bei dir war es das Ende, bei mir nicht. Ich hab dich doch auch gekickt. Weißt du, am Anfang war es doch witzig, aber du schreibst extra in Skype, bitte kick ihn. Ich geb dir 5 Euro. Ich nehme das ernst. Nee, ich meine das auch nicht ernst. Ich wollte einfach nur, dass du gekickt wirst. Ach, Flo. Das ist schön gemalt übrigens. Da hab ich einmal eine Runde. Was ist denn das? Schlange. Nee. Nee, das ist keine Schlange. Ähm. Auspuff vielleicht? Oh. Rot und blau. Ähm. Lava und Wasser. Also Ronja, merkst du, Flo wird langsam toxic, also. Der wird langsam. Au, darauf wäre ich doch nie gekommen. Weißt du, Flo ist so jemand, der ist einfach dann direkt so verletzt, wenn man die Spichte, die er an anderen macht, selber bei einem. Weißt du, so. Das war das Ende. Hier war's Runde 4 Anfang. Ja und? Du könntest ja immer noch aufholen. Siehst du, da hast du schon 200 Punkte gemacht. Da hast du fast 300 Punkte, Flo. Weißt du, du kannst du nicht mehr aufholen. Das macht mich innerlich glücklich. Ey, wie heißt denn das? Das ist ein Tier. Weißt du? Daumen hoch. Ich hab noch Flügel dran gemalt. Au, schade, Tops. Da bist du wohl nicht Erster geworden. Ja, Flo bist wohl Dritter, ne? Mir ist egal. Wenn du dich gewinnst, ist es ein Ziel für mich. Ja. Wenn du ein Kassler mit dieser Folge skribbeln, yo. Ja, ihr könnt ja sagen, ob ihr Mitleid mit dem armen Florian habt. Nein. Oh, jetzt hast du Tops gewufft. Alles klar. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Seid nicht toxic. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Du bist einfach nur toxic. Tschüssi. gamb CV